Herzlich Willkommen in Yelmoli. Wir werden euch heute zeigen, wie unser Berufsalltag im Detailhandel aussieht. Kommt mit! Da wir im Herzen von Zürich sind und auch schon bald im Frühjahr kaufen, haben wir internationale Kunden, mit denen wir auf diverse Sprachen kommunizieren. Ein typischer Arbeitstag fängt bei mir an mit einem Morgensgespräch oder einer kleine Schulung über ein neues Produkt. Dann fange ich auch schon an mit meiner Basis zu arbeiten, wie zum Beispiel Kassen machen, Putzen, Auffüllen und so weiter. Wenn die Kunden kommen, ist natürlich auch der Fokus auf ihnen. Da wir sehr viele tolle Brands haben im Luxusbereich, erwarten natürlich die Kunden auch eine tolle Beratung. Wenn ich nicht am Arbeiten bin, dann bin ich eineinhalb Tage in der Schule. Die Voraussetzungen am Detailhandel sind, man muss offen und freundlich sein, dass man gerade an der Front vorne ist. Teamwork ist sehr wichtig, weil das Team ist gross und da ist die Zusammenarbeit an und an. Ein Vorteil ist auch, wenn du Interesse am Ort hast. Das Coole am Yelmoli ist, dass man selbstständig beraten und bedienen darf. Und durch Yelmoli bin ich mir sicher, dass ich super in die Arbeitswelt einsteigen kann. Zudem sind wir 60 Lehrlinge bei uns hier im Haus. Wir unternehmen oft etwas miteinander und die Stimmung ist einfach super.